Norddeutscher Rundfunk 2015 Sie sind sehr dankbar und bemerkend unsere liebe Jury. Sie sitzt auch schon bereit, dann gleich geht's los. Wir begrüßen jetzt heute als Team George einmal den Manuel Markey. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da bist. So lieben Sie hier sind. Wenn Sie sich nicht mehr so sagen können. Und ich habe noch einen herzlichen Glück auf den Jury. Wenn du da bist, können wir gerne. Vielen Dank. 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 ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, also ich wollte mal sagen, da hat Lisa gerade nicht genug, als ich gesagt habe, dass wir jetzt mehr Specials, mehr Special-Effekt haben und ja, auch ein bisschen, äh, was ist denn jetzt? Ich habe das vorhin schon hart in diesem Sicht. Von den Eidreitweiden und jetzt noch meinen, zweiter Bestand. Und die ist hier, aber schon aus dem Land ist Fandor. Fandor ist bereit, GD ist bereit und der Kuhstab ist auch bereit. Vielen Dank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 1, 3, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 Alle da wach, alle noch da, auf der Garnitze. Sehr schön, bin ich beruhigt. Ich danke euch da in diesem Video in der LL6. Bist du bereit? Wie hast du Lust jetzt hier auf die Mache? Bist du bereit, ja? Okay, dann wird die Mache jetzt wieder. Die nächste Minute auch. Hier ist von den Pirates, hier ist es für euch. See! Hier ist es! Tja, 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 Tja. Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. 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 Tja, Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Tja, Tja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Auf jeden Fall dafür, für diese gute Leistung. Ja. Ich stehe hier hautnah. Und das ist das da wieder. Bei unseren Lieferstaaten, ich muss da heute die Luft dabei sein. Es wird hier wieder eine rohre Schwarz jetzt die andere Lütte an den Pferde. Hier steht die kleinen Rote der Pferde. Schön, dass ihr da seid. So. Wir haben schon mal ein Reif. Den Lüge und die 그렇게 gesagt haben. die Rote der Pferde. So. So, So. 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 Wir haben heute die Sorge. Wir haben heute eine schöne Nacht für den Menschen, die wir heute machen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, ganz viel Freude, wir wünschen euch ein bisschen, wie wir heute für die Wünsche machen. Wir sind die Zeit, die wir sind, die wir sind. Wir sind die Zeit! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 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 Und wir starten mit der Individual-Level-Führe-Partikologie. Wir hatten hier sieben Start-Level-Führe-Partikologie. Und ich würde jetzt, genau, anfangen, die Platzierung in der Suche zu nennen. Und würde euch dann bitten, an der dritten Platzierung hier zu uns auf die Seite zu kommen. Genau, in der Leineinfarkt haben wir uns. Wir haben hier unerreichend gesagt, dass sie nicht versprochen haben. Wir starten mit der Individual-Level-Führe. So, genau, das wird auch die Pokale bleiben. Genau, eine kleine Info am Rande. Die Ruhe lassen gerade noch ein bisschen ausfahren. Aber das ist gar nicht ein Geschirr. Die bekommt ihr dann selbstverständlich im Nachgang. Und wir haben noch einen Punkt, Werbung und so weiter. Jetzt geben wir uns beim ersten Akupat und einen ganz, ganz großen Applaus. Auf einen Blick. So, wie wird es nach uns allen zu schaffen? Auf der Doga-Farbe, die Ihnen jetzt nicht so ganz die Gute erkennen lässt, deshalb switchen wir einfach nochmal und würden jetzt die Vorlage-Orga-Groups nennen wir es hier. Insofern, liebes Pokal-Staff, bitte noch einmal die Pokale tauschen, ganz großes Sorry, Individuum kommt dann gleich noch, also hatte ich quasi intuitiv recht mit meinem Versprecher. Wir schlagen also mit den Group-Start-Kategorien, da werden jetzt die Pokale zusammengesucht. Hier hatten wir, sagen wir schreiben, 13 schlafende Group-Start. Genau, hier geht, jetzt gibt es erstmal Punkte, alles andere folgt und die erste Freizeitze, dann kann ich gleich noch nie machen. So, wir starten mit Platz Nummer 13 und Platz Nummer 13 hat bekommen 4,7 Punkte und die gehen nach Kürstenweide an die Navi-Streamer, das ist auch sein Platz. Auch in 12, das mit 5,0 Punkten, der geht an die Reisers Royal Thunder. Wir machen weiter mit Platz Nummer 11. Dieser hat 5,9 Punkte erreicht und geht an die DCB Queens vom TSR Royal Thunder. Beide links, Platz Nummer 10, 6,2 Punkte, wieder die Platzgarage Roy und Diamond. Hey, herzlichen Glückwunsch! Let's go! Mit 6,45 Punkten, der 9 Platzierte. Und das sind die Pinkstar-Bildings von den Scorpion-China-Henry. Auf Platz Nummer 8, 6,55 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an die Infektors und Highstars. Und einen großen Applaus geben, glaube ich, an unseren siebten Platz. Dieser hat 6,60 Punkte erreicht. Und der Gegner, Potsdameram, SMC von 3-Henry. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an WLC Supersonic. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, wir nähern uns den letzten Plätzen und machen weiter. Platz Nummer 5 und einer Hochzahl von 6,70 Punkten. Wir haben erreicht die United Luggies 1. Herzlichen Glückwunsch an die Sweet Jungs. Wir haben jetzt drei startende Teams aus der All-Age-Orgerungs-NWP-Handegorie. Da würde ich sagen, kommt doch einfach mal nach vorne in die nächste Reihe auf. Und da geht es bei den drei Teams, das heißt die Karte, 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 die Karte. So, auch das ist rechtlich geschafft auf dem dritten Platz. Und damit wird gleich ein Pokal überreicht mit einer glatten Pugseil von 7,00. Der gelang die Titans-Tessi-Nassi. Der gelang die Karte. Der gelang die Karte. Und dann kann man sich gefreut werden. Einmal fürs Karte. Sehr schön. So, die Silbermedaille und damit ein breiter Pokal geht an den zweiten Platz mit 7,10 Punkten und darüber freuen können sich United Nations 2. Die Silbermedaille und damit ein schönes Blutpro. Herzlichen Dank an euch. Und damit ist klar, wer die Goldmedaille hier heute mit nach Hause nimmt. Und damit ist klar, wer die Goldmedaille und damit hier 7,65 Punkten erreicht. Die Interesse der Silbermedaille und damit ein schönes Blutpro. Musische Musik Wir bleiben hier bei vielen Seiten zur grüßen Begegnung von Inforzor und Insforzor. Die beiden sind sehr davor. Einmal ist Lexi und WSG Rolls Corvette. Da steht es um die ersten beiden Plätze, das heißt, eine goldene Einmalin Silbermedaille. Und mit einer guten Zahl von 4,60 Punkten geht der zweiten Tag somit die Silbermedaille an. WSG Rolls Corvette. Herzlichen Glückwunsch. Nach dem Schilderungsfunk so stellt euch auch eine schöne Erinnerung an. Sieger in der Kategorie mit einer guten Zahl von 5,60 Punkten. Der erste Platz geht an. XDS Lexi. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, machen Sie schon mal unsere zweistartenden aus der Over-Western in der 6. Kategorie. Und diesen Teil können wir noch einmal als Chef machen. Jetzt können wir einmal die Reh-Type einsetzen und einmal die Steril. Und auch hier haben wir ein schönes Buchtenfeld. Auf dem zweiten Platz mit 7,3 Buchten. Herzlichen Glückwunsch. An Lady Fight for the Nations. Und damit steht fest, dass wir einen Sieger in der Over-Western in der 6. Kategorie haben. Und zwar haben wir hier noch einmal ordentlich Punkte draufgelegt. Also geben wir die 18,9 putzen. Und dann werden Sie an der Leinrichtung Creationής. Die Anlagenjukин cùng in der 6. Kategorie sind ja weltweit. norteameriven. Kategorie sind die So, Leute, Freunde, jetzt zu arbeiten, wir müssen den nächsten Tag in der Arbeit dabei sein, dass wir in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit. Ich habe ja gar nicht gesagt, leider nicht, ich habe ja nicht mehr an, also die Laufschi-Challel, es gab auch die grüne, shiny Stars und Xfinity Stars. Und ich muss mal ganz eins sagen, ich habe ja auch die Laufschi-Challel, oder was sagt ihr, jetzt ist das eine kleine Laufschi-Challel? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die drei verbliebenen Startländer, bitte ich einmal hier vor, der zu uns hat, die hatte. Vielen Dank. 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 Bye. Untertitelung. BR 2018 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 Schön, sehr gut gemacht. Ja, das ist jetzt PIVI Level Null. Das heißt, wir haben jetzt die kleinsten Leute, die haben vielleicht gerade erst angefangen, in den Stillsport reinzuschauen. Und deswegen die besonderen Halle. Deswegen die wir ordentlich anfeuern. Aber wir wechseln jetzt in die Junior-Kategorie. Wir gehen jetzt ins Junior Level 1. Bleiben in Berlin. Wir gehen zu dem Jazz. Judith hier. Und hier ist für euch auf der Matte Lassie Jazz. Wir gehen jetzt schnell drinnen. Wir gehen jetzt mituriaz anfeuern. Wir gehen jetzt pro друз. Wir gehen jetzt auf die enfim- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 ... Hier sind für euch die DCD-Wing-Up! 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 Die DCD-Wing-Up!